Ukrainische Soldaten konnten den hochrangigen russischen Major Tomov gefangen nehmen. In zwei Telegram-Videos teilt er auf Kommando geheime Informationen. Vor einer Woche wurde bereits über die Gefangenschaft eines hochrangigen russischen Majors in der Ukraine berichtet. Moskaus Verteidigungsministerium dementierte diese Meldung. Aber jetzt gibt es Beweise dafür. Auf dem Telegram-Kanal Greyzone tummeln sich ukrainische Militärblogger und teilen Informationen zum Krieg. Dort wurde nun auch ein Video von Juri Anatoliewicz, kurz Major Tomov, hochgeladen. Im ersten kurzen Clip fordert ein Ukrainer Tomov auf, auf einer Karte russische Positionen zu markieren. Dieser leistet den Befehlen folge. Auf der Karte sind unter anderem die Ufer des Dnipro-Flusses im Süden sowie ein Dorf in der Region Chazon abgebildet. Laut Bild konnten ukrainische Truppen den Major mit Hilfe eines gefälschten Hilferufs anlocken. Bei dem Manöver sollen neben ihm vier weitere Soldaten gefangen genommen worden sein. Zudem seien dabei 25 russische Männer getötet worden. Gezielte Angriffe dank Tomov Der Major habe bereits mehrere wichtige Informationen mit den Ukrainern geteilt, wie Fokus mit Berufung auf ukrainische Quellen berichtet. Ein gezielter Angriff auf ein wichtiges russisches Waffenlager in der Stadt Oleschki sei durch diese geheimen Informationen ermöglicht worden. Weitere gezielte Angriffe mit Tomovs Hilfe seien bereits geplant. Denn angeblich teilte er auch die genauen Positionen seiner Kameraden.